Die HAC-IKT bereitet dich optimal auf die digitale Arbeits- und Geschäftswelt vor. IKT bedeutet Informations- und Kommunikationstechnologie und ist die ideale Ergänzung zu deiner HAC-Ausbildung. In der HAC-IKT erhältst du eine Kombination von Allgemeinbildung und modernem wirtschaftlichem Fachwissen. Ab der dritten Klasse arbeitest du auf deinem eigenen Laptop. Datenmanagement, die Nutzung von Netzwerkdiensten oder Bildbearbeitung werden für dich zur Routine. Im Erweiterungsbereich IKT lernst du das professionelle Gestalten und Programmieren von Websites und Anwendungen, sowie das Erstellen von Fotos, Videos und Animationen. Die praktische Arbeit in der Übungsfirma fördert deine Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen. Neben Englisch kannst du zwischen Spanisch oder Französisch als zweite Fremdsprache wählen. Besonders wichtig ist uns die Nähe zur Praxis. Im Laufe deiner HAC-Zeit absolvierst du interessante Praktika im kaufmännischen oder im IT-Bereich. So wirst du bei uns zum IKT-Profi. Die HAC-IKT Matura ermöglicht dir die Gründung eines Unternehmens, den direkten Berufseinstieg und den Besuch einer Universität oder Fachhochschule. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So wird sich in den weiteren Verhältnissen in der Überschule Das ist eine sehr gute Bewegung.